Ja, ja, ja. Ja, halt einfach stehen geblieben ist, um mich dann zu hicken, ne? Junge. Ich wollte schon der zweite DC. Junge, was machen wir nur immer? Was hast du gemacht? Was hast du ihm getan, dass er DC ist? Ich habe ihn gestunt und bin dann zunächst ein paar Leute gelaufen. Ich habe ihn gesteckt.